Die Sendung wurde live untertitelt. Nein, er ist komplett aus Pappe. Gehen Sie ruhig näher ran. Gehen Sie ruhig näher ran. Schaut Check aus, hm? Ja, 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 ja. Sehen Sie ruhig nach. Sehen Sie ruhig nach. Komplett lebensecht. Mit Klamotten von uns spendiert. Oh, okay, was war... Was so... Okay, das hat noch keiner gemacht, aber alles klar. Ah, und was sagen Sie? Da Sie sich für den Paper Buddy entschieden haben, kommen wir nur zum Vorteil dieses einzigartigen Werkstücks. Stellen Sie sich einfach vor, es ist ein sonniger Tag, so wie im Video, und Sie wollen ein Eis essen. Aber Sie finden niemanden, der mit Ihnen ein Eis essen will? Das ist ganz egal. Nehmen Sie einfach Ihren Paper Buddy mit nach draußen, holen Sie sich zwei Eis und genießen Sie mit Eis die Sonne. Das ist so herrlich, ich hab's schon ausprobiert, also... Es ist einfach grandios. Kann ich nur empfehlen. Oder was sagen Sie? Na, sehen Sie doch, wie glücklich er ist. Der Paper Buddy bietet außerdem auch noch eine super Sicherheit für Ihr Fahrzeug. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Fahrzeug sicher genug ist, nehmen Sie einfach den Paper Buddy. Stellen Sie ihn da vor, basteln Sie ihm ein grimmiges Gesicht und die Diebe werden nicht einmal in die Nähe Ihres Fahrzeugs kommen. Das garantiere ich Ihnen. Ähm, John? John, was... Alter, was macht er da? John, das steht nicht im Drehbuch. Wo kommt er überhaupt... Wo kommt er überhaupt hier? Ey, was zum Teufel macht er da? Ähm... Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ein schöner Männerabend, und wodurch wird er natürlich gestört? Anruf der Frau. Ist das nicht nervig? Aber auch da hilft der Paper Buddy aus. Hey, hey. Guck mal in seine Hand. Na, siehst du. Ist doch ganz praktisch, oder nicht? 20 Minuten später. Ja, wie ich sehe, haben Sie die Zeit gut genutzt. Na, sehen Sie. Was so ein riesengroßes Stück Pappe doch alles für sie machen kann, ne? Wahnsinn. Meine Damen und Herren, die folgenden Bilder sprechen für sich. Ich enthalte mich. Ich bin ein riesengroßes Stück Pappe doch alles für sie machen. O ja. Hey, hey, hey. Nun gut, meine Damen und Herren, bestellen Sie Ihren... Ne, Moment. Haben wir nicht was vergessen? Oh! Na, komm, nimm's schon. Ja, nimm's. Ganz gut, hier nichts. Sehen Sie? So, bleibt das Eis ganz für Sie. Jetzt aber, meine Damen und Herren. Bestellen Sie Ihren PaperBuddy unter der Nummer 01805-14485-Paper-49161784-Buddy-651746. Und das alles nochmal durch zwei. Nein, nein, nur Spaß.